Sie haben von jemandem einen Registrierungscode erhalten für einen einmonatigen Zugang zu Com2Publish. Wie können Sie diesen nun einlösen? Sie gehen unter Abonnieren auf Probeabo und können jetzt einen Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und den Ihnen überreichten Registrierungscode hier eingeben. Danach gehen Sie auf Neues Benutzerkonto erstellen und Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, den Sie einmal tätigen können, um auf einen geschützten Bereich zu kommen. Hier melden Sie sich an und Sie geben jetzt, wenn Sie etwas herunterscrollen, zweimal ein Passwort ein, welches übereinstimmen sollte. Gehen Sie auf Speichern und ganz nach oben, um sich abzumelden. Danach können Sie sich wieder anmelden mit Ihrem Benutzernamen und Passwort. Passwort 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 Bis zum nächsten Mal.